das finde ich auch klasse das geht jetzt viel schneller das ist nicht nur so ein ganz kleines facelift sondern da hat sich schon eine ganze menge getan insta 360 ist immer für eine überraschung gut und für innovation hallo und herzlich willkommen auf drei verfahren heute geht es um diese kamera um die insta 360 johann rs die habe ich euch schon mal vorgestellt video könnt ihr da oben anschauen und jetzt hat insta 360 johann rs herausgebracht anfang des jahres so im frühjahr rs wofür steht das ich habe hier die twin edition das heißt mit zwei modulen was heißt module das zeige ich euch auch gleich einmal mit einem 4k modul also reine action kamera in diesem fall ein boost modul und das beliebte 360 grad modul für die 360 grad aufnahmen die ich wirklich immer sehr gerne mache bisher habe ich hier oder das werde ich weiterhin auch noch machen mit der insta 60 x2 gedreht vorne auf das motorrad habe ich einen schönen gegenschuss oder im tesla und dann gibt es dazu eben hier diesen sogenannten in visual in visual invisible selfiestick das heißt mit den dingern könnt ihr wenn das in der stitchlinie ist von der kamera dann könnt ihr damit wie ein selfiestick im prinzip drehen aber der wird durch die software herausgerechnet ihr seht ihn nicht magische aufnahmen und unheimlich viel potenzial für kreative dinge ich würde sagen fangen wir an und schauen mal was hier in dieser kamerapackung alles drin ist so da sind wir insta 360 rs und da ist es das schöne stück ok wie von uns das wie 60 gewohnt eine tolle verarbeitungs qualität hier seht ihr die beiden module und das ist wirklich das tolle an diesen modularen system das heißt ihr habt verschiedene module und könnt die aneinander stecken drei module gibt es hier in dieser twin edition einmal den kern und der ist tatsächlich nagelneu neuer prozessor neue modi und so weiter das erkläre ich euch gleich dann haben wir hier ein neues 4k boost modul heißt konkret größerer sensor angewachsen auf ein halb zoll im fotobereich 48 megapixel und im boost bereich könnt ihr hier mit 4k und 60 frames aufnehmen auch neu in verbindung mit dem kernmodul 4k 30 frames in hdr und hdr ist wirklich eine tolle sache das heißt ihr habt einen höheren dynamikumfang das bedeutet konkret in den schattigen bereichen ja habt ihr mehr informationen und in den hellen bereichen werden die lichter nicht ganz so stark ausgefressen so packen wir das mal hier ein bisschen zur seite und dann zeige ich euch mal wie das genau funktioniert mit dieser modularität also hier zum beispiel ist das 360 grad modul das hat sich übrigens nicht geändert das ist das modul was ihr auch bei eurer kamera beispielsweise habt das wird hier angesteckt so und dann nehmt ihr den akku und das ganze wird hier einfach ran gesteckt und schon habt ihr eine 360 grad kamera schneller wechsel akku ab 360 grad modul weg 4k boost modul anstecken na warum mache ich das richtig so um genau akku basis wieder ran und schon habt ihr eine 4k action kamera das ist wirklich ja das ist das geniale an diesem modularen system von insta 360 und hier in der rs variante das ist nicht nur so ein ganz kleines facelift sondern da hat sich schon eine ganze menge getan jetzt kommt erst mal die folien ab das ist immer das schönste folien ab machen schauen wir mal was noch drin ist in der verpackung ich verschone euch mit bedienungsanleitung anschauen so hier ein usb kabel dann habt ihr hier putztuch bedienungsanleitung etwas zum befestigen und eine ganz einfache geschichte aber auch wirklich gut der objektiv schutz für das 360 grad modul und da müsst ihr wirklich das müsst ihr immer pflegen auch wenn da ein bisschen staub drauf ist oder so immer vorher kontrollieren beim 360 grad modul mit dem putztuch sauber machen denn da ist sage ich mal ja die kamera oder die linsen die optik sehr empfindlich das ist dieser husch die der kommt drauf und schon ist die optik geschützt finde ich gut weiß ja so simpel ist okay was haben wir noch neues und zwar diesen cage vorher bei der r gab es ein cage den musstet ihr komplett von der seite aufmachen hier habt ihr jetzt eine art schnell spannen verschluss die kamera kommt rein zu machen fertig und ihr habt die komplette modularität für alle systeme um eben hier nicht modularität flexibilität ja um hier alles ran zu machen ansonsten gibt es ein mikrofon mehr eine art windschutz der ist hier vorne machen wir mal den aufkleber ab gehäuse das thermo mäßig mehr die wärme ableitet denn da haben viele action kameras aktuelle der action kameras große probleme bei der in size wie 60 weder bei der x2 noch bei meiner rs ist es mit bis es mir bisher so ergangen aber bei anderen kameras die schalten dann mal gerne 4k 60 frames nach fünf oder sechs minuten ab wegen überhitzung dieses gehäuse hier soll eben die überschüssige wärme gut abführen und vorne ist ein weiteres mikrofon das heißt statt zwei mikrofonen hat die rs nun drei dann schauen wir uns noch mal den kern an denn der hat einen besseren prozessor heißt höhere rechenleistung und da gibt es eine geschichte die ist wirklich fantastisch und wird euch künftig ganz viel rechenzeit ersparen bisher war es so bei der ins das wie 60 er dass ihr die sogenannte flow state stabilisierung also die stabilisierung in action aufnahmen dass das bildschirm gerade bleibt und nicht wackelt dass ihr die ja aus der kamera direkt in der sage ich mal halben version nur hattet ihr musstet also immer die files im insta 360 studio oder eben in der app nachbearbeiten dass die flow state stabilisierung rauskommt das ging nicht so einfach von der karte rausnehmen hier nun durch den stärkeren prozessor macht das die kamera alles intern konkret ihr kriegt mp4s die komplett stabilisiert sind in 4k mit 60 frames oder in 4k mit 30 frames in hdr super ist das außerdem ist dazu gekommen beim 4k boost modul mit 48 megapixel sensor und auf 1,5 zoll gewachsen ein 6k kino breitbild modus ganz spannende geschichte zeit bei produktion ist ja immer so eine geschichte und so hat sich ins das wie 60 gedacht wir geben auch mal unserem kern ein etwas schnelleres wlan konkret bis zu 50 prozent schneller in der datenübertragung vom kern oder von der kamera auf euer iphone oder auf das android handy gute geschichte für mich jetzt nicht so wichtig weil ich nehme sowieso die karten raus und bearbeite das dann auf diesem wege aber 50 prozent schnelleres wlan warum nicht kommen wir noch mal zu den beiden kamera modulen das neue boost modul das 4k boost modul hat eine 2,4 blende mit 16 mm und beim 360 grad modul das ist ja nicht verändert worden ist alles so geblieben eine 2,0 blende und 7,2 millimeter brennweite und da kommen wir wieder zu einem punkt der ganz ganz toll ist ihr könnt nämlich eure alten oder eure module die ihr von der insta 1r habt alles weiter benutzen und kombinieren das heißt ihr könnt jetzt den neuen kern an das alte 4k modul anschließen natürlich an das 1 zoll leica modul oder ihr könnt auch die neuen akkus auch eine neuerung die akkus haben jetzt 20 prozent mehr leistung und die sind auch an das alte und an das neue system ranzumachen das heißt ihr müsst nicht irgendwie ja dinge die ihr noch braucht oder die noch nutzt wegschmeißen verkaufen sondern ihr könnt das alles modular weiterhin mit dem neuen kern kombinieren oder eben das neue modul mit dem alten kern ja und 21 prozent mehr kapazität bei den akkus das ist schon eine ganze menge konkret heißt das von 1190 milliampere stunden sind die akkus auf 1445 milliampere stunden gewechselt und wie gesagt ihr könnt hin und her wechseln ihr könnt eure alten akkus nehmen ihr könnt eure neuen akkus nehmen überhaupt gar kein problem ja also eine ganze menge hat sich getan und ich bin schon richtig gespannt hier mit dem neuen kern insta360 one rs wie das ganze funktionieren wird und das zeige ich euch natürlich aber nicht in berlin nicht in brandenburg nicht in deutschland sondern ich nehme euch mit in den süden es geht nach zypern und genau auf zypern werden wir die neue insta360 one rs mal auf den zahn fühlen wir sind in zypern oder auf zypern in limasol angekommen das hier im hintergrund ist unsere unterkunft und in diesem video beziehungsweise jetzt schauen wir mal was die insta360 one rs so alles in der praxis drauf hat worum geht es wir werden das 4k boost modul ausprobieren wir werden mal den neuen hdr active modus ausprobieren natürlich das 360 grad modul und jetzt schon sind wir dabei zu testen wie ist der ton eigentlich wenn ich kein externes tonequipment angeschlossen habe wir jetzt also bei der neuen rs gibt es ja drei mikrofone und ich habe jetzt ungefähr die kamera vielleicht einen halben meter von mir entfernt ihr habt den sound direkt aus der insta360 rs wir fahren jetzt direkt in den hafen dort will ich mal ausprobieren wie funktioniert das ganze mit dem 360 grad modul und wie macht sich der hdr modus wenn es ein bisschen dunkler ist und wir werden mal die dunkel licht oder die schwach licht fähigkeiten des systems testen also kommt mit los geht's limasol im hafen es ist jetzt ein bisschen dunkler angeflanscht ist jetzt das 4k boost modul und ihr könnt jetzt sehen ja wie ist das ganze mit der restlicht tauglichkeit ich meine es ist jetzt noch nicht dunkel aber immerhin schon dämmerig und wir werden sehen nachher dann im schnitt ob das ganze ja ich sag mal schon rauscht oder eine gute qualität hat hier seht ihr jetzt gleich wenn ich mich drehe schöne yachten und boote herrlich gehen wir weiter und gucken mal hier ein bisschen also so ist das mit der insta360 rs mit dem 4k boost modul im normalen modus und ich schalte jetzt mal drehe jetzt hier mal eine runde auf den hdr modus gleiche zeit mit dem active hdr modus also hier sollen die oder soll die dynamik deutlich besser sein ich bin gespannt ob dieses licht jetzt hier so ganz leichte dämmerung ob das reicht für den active hdr modus hier noch ein paar impressionen 38 grad in limasol und ich teste jetzt mal die hdr funktion das active hdr vom 4k boost modell modul das ganze ist jetzt eingestellt im auto und da ist das immer wunderbar weil man hat ganz oft natürlich wechselnde lichtverhältnisse das heißt im auto ist es eher dunkel draußen hell die lichter sind ausgefranst und da gucken wir jetzt mal wie das ganze sich so ja handhabt vom bild her das ist jetzt wie gesagt der normale modus 4k 30 frames ohne active hdr und wir schalten jetzt gleich mal um auf active hdr das ist der active hdr modus im ultra weit wurde des 4k boost modells eingestellt ist es übrigens auf 30 frames mehr geht da auch nicht 60 frames geht im normalen video modus im active hdr im active hdr gehen 30 frames das ganze im normalen modus 4k boost ohne active hdr mal im ultra weitwinkel bereich so sieht das jetzt aus vorne auf der halterung sehe ich gerade wackelt die kamera ganz schön aber ich denke dass die flow state stabilisierung das ordentlich weg machen und active hdr im ultra weit modus 4k mit 30 frames wir schalten jetzt ab weil wir hier nämlich umkommen nämlich sowohl die fenster hochgefahren als auch die klimaanlage ausgeschaltet damit der ton okay ist und das ist hier nichts aushalten bei 38 graden also das war's erstmal da 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 So, und besonders wichtig, wenn ihr das 360-Grad-Modul macht, dass hier die Stitching-Linie eingehalten wird. Also die Kamera darf nicht abgewinkelt sein, sondern es muss ganz gerade sein, dann wird dieser Invisible-Selfie-Stick komplett ausgerechnet. Und wir gehen jetzt mal zu ein paar Wasserfällen und schauen mal, was es da alles gibt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielleicht hört ihr jetzt den Sound im Hintergrund, die Grillen. Ich sitze am Pool und gucke mir mal das Originalmaterial an von unserem Ausflug ins Gebirge. Und eine ganz tolle Funktion ist das, was ich jetzt mache, das im Prinzip Auto-Tracking. Einfach einen Rahmen um die Person ziehen, die ihr tracken wollt und das Programm, das Insta360 Studio, trackt euch im 360-Grad-Bereich automatisch. Das heißt, die Kamera bleibt immer im Fokus auf euch und das Ergebnis sieht wirklich klasse aus. So, ich bin jetzt im Südosten von Zypern am Nissi Beach. Ganz berühmter Strand, weil die Meerqualität und die Wasserqualität fast schon karibisch-Türkis. Und das zeige ich euch jetzt mit dem 360-Grad-Modül. Ich bin jetzt hier direkt am Strand und jetzt gucken wir mal die Flow-Stage-Stabilisierung. Wie funktioniert die beim Rennen? So, hier im Sand und bei der Hitze, 36, 37 Grad, wird das natürlich nicht so ein Marathon werden, denn dann bin ich ziemlich aus der Puste. Aber hier sind massive Vibrationen natürlich fürs Laufen durch den Sand und hier sehen wir, wie die Stabilisierung funktioniert. in meinem insta 6 die app zum beispiel fürs handy könnt ihr dann stories auswählen und bestimmte ich sag mal so effekt videos produzieren dieses hier ist eine wirklich spannende sache stop motion mäßig und ja die erklärung gibt es ganz einfach man muss hier immer wieder 40 sekunden aufnehmen dann geht das ganze durch die app die berechnet das ganze den winkel stitch ist stellt es zusammen und das ergebnis sieht dann so aus aus der app direkt ausgerechnet super irgendwie ja das macht riesen spaß so und hier noch mal ein beispiel mit dem 360 grad modul auch erstellt mit der insta 6 die app erhältlich übrigens für ios und android es ist eigentlich ganz simpel ihr macht eure 360 grad aufnahmen gibt dann mehrere files im prinzip in der app an und den rest macht euer telefon berechnet das ganze und das ergebnis könnt ihr dann direkt aufs handy runterladen super sieht das so mein urlaub auf zypern neigt sich dem ende entgegen und somit auch meine xl review zur insta 360 one rs also ganz klare sache ein supergerät und nicht nur ein kleiner sprung sage ich mal was die entwicklung angeht sondern wirklich eine neuerung mit dem neuen kern diesen rs kern und dem 4k boost modul 48 megapixel foto auflösung und ein halb zoll also ich muss sagen wirklich das macht auch riesen spaß mit der insta 61 rs zur arbeit bildqualität vom 4k boost modell wirklich super geworden active hdr ich kann kaum sagen ja ich muss wirklich überlegen was mir nicht gefällt eine sache gefällt mir nicht und das war schon bei der erse und zwar hier die abdeckung für die speicherkarte und den usbc anschluss das ist hier so ein kleiner nupsel der fällt hier raus den kann man leicht verlieren das gefällt mir nicht so gut aber ansonsten kann ich sagen ein top system und es macht riesigen spaß solltet ihr aufrüstung wenn ihr eine er habt wenn die technik fliegt seit und immer das neueste wort auf jeden fall denn wie gesagt es ist nicht ein kleines facelift sondern hier hat sich echt eine menge getan und es gibt ja die neue 300 oder das neue 360 grad modul mit 1 zoll sensoren ich hoffe das kann ich euch auch bald vorstellen und da ist der rs kern natürlich eine super angelegenheit danke fürs zuschauen bis bald grüße nicht aus der hauptstadt aus zypern